Hallo, das ist die letzte Woche vor unserem Wettkampf nach... Wie viele Wochen? 12 Wochen Diät! Am Wochenende geht's los, denn wir beide, wir haben die Lizenz zum Starten! Am Wochenende geht's los, denn wir haben die Lizenz zum Starten! Am Wochenende geht's los, denn wir haben die Lizenz zum Starten! Ja, 12 Wochen sind eine lange Zeit, aber irgendwie ist es auch schade, dass jetzt so schnell schon wieder alles vorbei ist! Immer wieder dasselbe mit dem Typen! Es sind noch ein paar Tage und es war eine echt schöne Zeit und wir haben richtig viele tolle Erinnerungen! Die Lizenz zum Starten! Ja, das ist recht! Ich hab ja alles vergessen, deswegen hab ich mir eine Liste gemacht! Ich mach mir immer eine Liste! Ich hab auch eine! Ja, Posinghose! Steht da Anleise! Steht Anleise, wir müssen ja wissen, wann wir wohin müssen! Anleise wäre schon gut, wenn wir die nicht vergessen! Hier, Friseur hab ich hier noch stehen! Ich wusste jetzt gar nicht... Das solltest du größer schreiben auf deiner Liste! Später! Du musst auch noch Friseur! Ach hallo? Dann los! Auf geht's zum Friseur! Also ich muss sagen, echt danke, dass du mich jetzt reingenommen hast! Ich hab dir heute Abend die Hochzeit total vergessen! Ja, das ist okay! Also, letzte Minute! Echt super von dir! Sandra! 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 Wir müssen uns mal ganz schnell die Haare schneiden lassen! Wir haben das Kampf vergessen, morgen bis zum Freitag! Ja, du weißt doch! 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 Komm, komm, komm! Wie denn? Wettkampf! Wie das auch? Dann wasch ihr euch schon mal die Haare! Kein Ding, dann geht's schneller! Dann kannst du dir weiter... Und wir machen die Friseur jetzt schon mal ein bisschen fertig! Super Idee! Du zeigst die Haare! Das werden wir schon irgendwie hinkriechen jetzt! Hast du das schon mal gemacht? Ähm... Oh! Das ist arschkalt! Ah! Für uns ist es wichtig, dass es sich hier hoch wird! Ich werde schon mal kurz was! Das ist so... Oh! War mir eine Freude! Bitte! Komm her! Ey! Witzig! Das war wirklich nur ungeschehen! Ey! Die Temperatur! Aber das ist gut, oder nicht? Ja, ja! Wenn man Eier kochen möchte! Wir sind dann auf Stamm! Ja, das läuft! Hey! Ja, das ist bei mir auch passiert! Ja! Ich hab die Flute! Ja, aber du findest schon 100%! Ja, ja! Echt? Oh, ich hab' ich gesehen! Die sind hammergeil! Komm her! Lass die ruhig vor! Ah, doch! Und Haare schneiden! So, das muss doch passen jetzt hier! Super! Jetzt nicht drei mal hin! Ja, du zuerst! Können wir jetzt schnell... Können wir vielleicht doch mal eben... Ah! Natürlich! Hey! Super! Das ist doch spitze! Das ist doch spitze! Ja, ja! Herzlich Tage! Ich bin da der Katzen sie. Ich bin da zuerst hier. Ich bin da für ein Mal. Der Haarschule-Tropenliothek. Das geht nicht gut. Musik 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 ARD Text im Auftrag von Funk Ja, komm doch nochmal hierher Hammer, dann musst du mir unbedingt Bescheid sagen Ich bin viel zu spät, scheiße, komm zurück Komm zurück Okay, hier nur noch ein wichtiger Hinweis Ihr guckt gefälligst alle unsere Videos Wir knallen euch gnadenlos ab Und du bist zuerst Also wenn in eurem Studio irgendjemand behauptet, ohne Anabolika könnte man keine Muskulatur aufbauen Dann wisst ihr jetzt Bescheid Und wenn es denn noch jemanden geben sollte, der versucht euch etwas zu verkaufen Dann gibt es darauf nur eine Antwort Natural Training heißt auch mal zum Training zu gehen, wenn man keine Lust hat Sich gesund ernähren, konsequent trainieren, Disziplin und Ehrgeiz Herzlich willkommen bei 100% Natural Bodybuilding Brutta, komm, hau ab Sorry, nochmal Mann! Komm gleich, komm gleich Und ist wieder zurück Weil die leer ist, im Falle. Herzlich Willkommen bei 100% Natural Bodybuilding! Ach du Scheiße! Ich wollte mir die Ohren zu halten, so eine Scheiße! Herzlich Willkommen bei 100% Natural Bodybuilding! Ich schau wieder den Finger, es liegt doch noch irgendwie ohne. Schön, dass ihr da seid, 100% Natural Bodybuilding! Ja, wir freuen uns, dass ihr uns immer so zahlreich... Nicht der Finger! Unsere Mutter bedanken wir uns heute nicht, weil die hat irgendwie nur gestört am Set. Aber wir bedanken uns ganz herzlich bei meinem Bruder, Mari. Komm mal her, Mari! Mari, der Mann mit der Waffe! Komm her und danke nochmal für die Waffe! Hey, super! Und danke, Schwester! Die Schwester! Alex! 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 Also eigentlich... Der Mann mit der besten Frisur! Danke fürs Motorrad, Alex! Ja, ja! Und super Frisur hast du natürlich, ne? Und da geht's raus! So, Nico! Und fertig! Astro, da bist du! Baby! Machines! what? Die im Och! Clip. Och! Ja, ja! Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.